Oh, Funk! Sechs ermordete Popstars im letzten Jahr. Alle mit diesem Blick. Peace out, Freunde. Nur ein Mensch weiß, was dieser Blick heißt. Ich bin nicht mehr angesagt. Ich bin müde geworden. Du bist Derek Zoolander. Du hast einen chinesischen Wurfstern mit einem Blick gestoppt. Zeig mir diesen wunderschönen Blick. Warte, nein! Magnum, jetzt! Nimm das! Herr Gwina! Vielleicht versuchen wir es mit einem Handtuch. Derek Zoolander, ich arbeite für Interpol, Global Fashion Division. Die ist heiß. Ich vertraue ihr. Wie kommen Sie zur Fashion-Polizei? Ich war Bademode-Model. Das tut mir sehr leid. Ich habe es nie geschafft, in jede Welt zu kommen. Deswegen. Ist ja eklig. Sie sind sicher, dass Zoolander uns helfen kann? Hallo, Hübscher! Mann, du hast doch echt nicht mehr alle Tassen im Schrank! Sie müssen für uns die Welt der Haute Couture unterwandern. Das momentan angesagteste Supermodel der Welt. Das ist all. Bist du jetzt ein männliches Model oder ein weibliches Model? All ist alles. Ich glaube, er meint, hast du das Brötchen oder die Wurst? Ha ha ha! Ups! Es gibt nur ein kriminelles Superhörn, das hinter allem stecken kann. Der Knast hat mich verändert. Ich bin jetzt hart bis auf die Knochen. Torf, wo ist mein Gott verdammter Latte? Wer sagt, Bademode-Models seien nutzlos? Nehmen Sie mich von hinten. So als würde Ihr Leben davon abhängen. Doch nicht so, sondern so! Zur Sicherheit und Schwimmfähigkeit. Warten Sie, was? Wir schwimmen zurück nach Rom. Oh, okay. Ja! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020